Ist ja auch für die Kids, die gerade zugucken, ganz schön. Also immer schön Spinat und Brokkoli aufessen, dann wird man irgendwann so fit wie der. Gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. So, Joel ist vorn, ist der erfahrenere. Ja, und Kevin kommt dann nicht so gut in Schwung. Hat auch gerade so ein bisschen rübergeguckt, wie macht das denn der Joel technisch gesehen? Ja, aber der läuft ihm weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hier zum großen Rad, der Übergang zum Pendelstamm, da hängt Kevin dann doch schon erheblich hinten dran. Die Chaos-Bälle sollten überhaupt kein Problem sein. Die Kanna aus dem FF, jetzt die Wingnuts, die Schwingflügel. Kürzerer Abstand als in der normalen Variante von Ninja Warrior Germany. Die gibt es wieder ab Herbst. Er tut sich das schwerer, also da holt Kevin gerade auf und ist jetzt an dem gleichen Schwingflügel. Das ist noch nicht entschieden. Doch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020